Hallo Lieben und herzlich Willkommen zur Wochenbotschaft vom 8. bis zum 14. Januar. Lass uns jetzt wie immer einmal die alte Woche aus und die neue Woche einklingen lassen mit dem Klangkelch. Das ist eine kleine zweiminütige Klangschalen-Meditation oder Klangkelch-Meditation, die du jetzt bewusst nutzen kannst, um wieder bei dir mehr in deine Mitte anzukommen. Und ich darf dich einladen, einen tiefen Atemzug in deinen Bauch zu nehmen. Und spüre dabei, wie neue, frische Energie in deinen Körper fließt. Und mit dem Ausatmen werden Anspannungen und niedrig schwingende Energien gelöst und verlassen deinen Körper. Und mit dem Ausatmen werden Anspannungen und verlassenbaren Anspannungen aus. Und mit dem Ausatmen werden Anspannungen und verlassen den Ausatmen aus. Um, 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 um. Oh, 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 oh. Dazu nehme ich, wie immer, meine aktuellen Lieblingskarten-Sets. Einmal sind es die Moonology-Orakel-Karten und dann von Kyle Gray die Energieportale-Aktivierungskarten, die du dort oben schon siehst. So, was sind die Botschaften für diese Woche? Was sind die Botschaften für diese Woche im Seelenkollektiv? Lass dich nicht von vergangenem Bremsen, absteigender Mondknoten. Was sind die Energien in dieser Woche im Seelenkollektiv? Was sollte das Seelenkollektiv jetzt wissen für die Woche, die uns bevorsteht? Was sollte das Seelenkollektiv jetzt wissen? Und die Hallen von Amenti, Initiation, enthüllte Geheimnisse, entdeckte Schätze und Initiation. Okay. Wisst ihr was? Oh, ich greife hier nochmal rüber und ziehe noch eine Zusatzkarte. Und zwar von den Sacred Soulmate Cards von Stellara. Ich habe jetzt, ihr habt mir einige Nachrichten geschrieben, dass man die auf Etsy finden kann. Also einfach Sacred Soulmate, Sacred Soulmate Stellara auf Etsy. So, und was ist die Lernaufgabe? Worum geht es in dieser Woche für das Seelenkollektiv? Die Lektionen vom Uranus. Okay. Also, Uranus steht natürlich auch immer für unerwartetes, radikale Veränderung. Uranus ist auch so ein Katalysator. Hier sagt die Karte jetzt, radikale Anziehung oder eine sexuelle, wie sagt man das, Pull? Okay, eine radikale Anziehung oder ein sexueller Zug, den du zu einer Person spürst, kommen gleichzeitig mit einer Instabilität oder einer, sie sagen hier Inconsistency. Also, wenn man nicht konstant, äh, sorry, wie sagt man das auf Deutsch? Inconsistency. Nicht Beständigkeit und Detachment. Also, dass man quasi nicht, oh Leute, ich habe voll das Problem, siehst du, das ist das Ding, ne? Ich muss die Karten immer einmal auf Englisch vorlesen, erst dann kann ich es auf Deutsch machen. Da siehst du mal, dass ich das hier wieder machen muss, weil ich ansonsten voll rausfalle. Radical Attraction and Sexual Pull come with Inconsistency and Detachment. Also, wenn da eine radikale Anziehung oder ein sexueller Zug besteht, dann kommt es gleichzeitig mit einer, mit, wenn man nicht los, wenn man nicht anhaftet, wenn man nicht festhält, sondern wenn es quasi eher locker ist und eben auch nicht beständig. A Theme of Freedom or Commitment. Das Motto könnte hier ebenfalls sein, Freiheit oder sich einlassen eben auf irgendwas. Keine Erwartungen sind die besten Erwartungen zu haben. Oh, Halleluja, das hat jetzt aber gebraucht. Ja, und dann natürlich hier mit den Geheimnissen, beziehungsweise enthüllte Geheimnisse, entdeckte Schätze, Initiation. In Kombination mit, lass dich nicht von Vergangenen bremsen. Die Vergangenheit könnte hier also auf irgendeine Art und Weise eine Rolle spielen. Vielleicht kommt etwas hoch, was du aus seiner Vergangenheit kennst. Oder es geht jetzt darum, ich habe das Gefühl, die soll hierhin tatsächlich. Oder es geht jetzt darum, dich von der Vergangenheit zu lösen und dass nochmal ein Test, eine Initiierung, eine Aufgabe in dieser Woche auf dich zukommt, wo grundsätzlich keine Erwartungen erstmal am besten sind. Wobei wir alle immer Erwartungen haben, finde ich ein bisschen unrealistisch, ehrlich gesagt. In der Regel haben wir ja alle irgendeine Art der Hoffnung oder Erwartung bezogen auf Situationen. Hier kriege ich das Stopp rein. Lassen wir die Karten einmal an der Seite liegen. Es fühlt sich an, als ob du nochmal irgendwas mit irgendwas in die Tiefe gehst und dann Freiheit oder sich einlassen auf etwas. Scheint hier eine große Rolle zu spielen. Lass uns mal die Extrakarte anschauen. Die Königin der Münzen. Königin der Münzen. Was nährst du jetzt? Was sind die Dinge, die dich nähren? Als Hauptüberschrift hier zusammen mit den Orakelkarten. Ich hatte das Gefühl, die Karte wollte hier noch raus. Mit der Königin der Münzen geht es grundsätzlich darum. Dass du dich gut kümmerst um dich selbst, um deinen Körper, um Finanzen und den Beruf oder dein Zuhause oder eine Partnerschaft und Beziehung. Wir haben hier dementsprechend Hilfe und Unterstützung, die du einer anderen Sache oder Person oder Situation geben kannst. Vielleicht auch Hilfe und Unterstützung in Form von Finanzen oder Hilfe und Unterstützung in Form von einer helfenden Hand. Vielleicht wird aber auch dir genau dies gereicht. Eine finanzielle Unterstützung oder eine helfende Hand. Ich bekomme rein, dass die Botschaft damit ist, sich wohl zu fühlen. Es geht darum, etwas zu machen, womit du dich wohlfühlst. Und damit würde ich sagen, gehen wir einmal rein in die einzelnen Tage. Neue Informationen kommen hier auf dich zu. Am Montag oder als Baustein der Woche. Neue Informationen kommen über eine Nachricht oder eine Kommunikation, vielleicht einen Brief oder einen Anruf. Für manche von euch kommen diese neuen Informationen, weil du aktiv auf der Suche danach bist. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass du im Internet nach Informationen schaust. Vielleicht belegst du einen Kurs, um dir theoretisches Wissen anzueignen. Auch neue Wege der Kommunikation können hier grundsätzlich liegen mit der Prinzessin der Schwerter. Hier geht es um eine Situation, die an dir nagt. Also, was auch immer dich aktuell gerade beschäftigt, was an dir nagt, woran du zweifelst, über diese Situation bekommst du jetzt auf irgendeine Art und Weise neue Informationen, die dir helfen, etwas klarer zu sehen und die dir helfen, den Weg voran etwas klarer zu sehen. Sie können damit zu tun haben, dass du die ersten Schritte gehst in eine gewisse Richtung, wo du sagst, okay, das ist jetzt die Lösung. Ich sehe, das ist der Weg, der sich jetzt vor mir ausbreitet, den ich jetzt gehe. Für manche von euch geht es hier darum, dass am Montag oder als Baustein dieser Woche eine neue Strategie auf dich zukommt. Vielleicht hast du eine neue Strategie in der Essenz, hat das aber wieder damit zu tun, dass du etwas klar siehst oder erkennst, sprich irgendeine Art der Information auf dich zukommt. Dann haben wir die sechste Schwerter. Es kann am Dienstag oder grundsätzlich als Baustein dieser Woche oder in einer ganz bestimmten Situation darum gehen, etwas hinter dir zu lassen. Vielleicht geht es auch um das Thema Umzug, Reise. Also vielleicht möchtest du hier umziehen, ziehst in dieser Woche um oder planst einen Umzug oder eine Reise. Grundsätzlich geht es mit den sechster Schwertern darum, etwas hinter dir zu lassen, was konfliktbeladen ist. Konflikte der Vergangenheit hinter sich lassen. Gegebenenfalls wird hier in dieser Woche eine Kopfentscheidung getroffen, gegebenenfalls durch die neuen Informationen, wo es darum geht, etwas hinter dir zu lassen, um in eine ruhigere Zukunft zu gehen. Und das ist spannend. Lass dich nicht von Vergangenen bremsen. Worum geht es? Um das Thema Stabilität und Sicherheit oder Arbeit. Manche von euch schauen jetzt vielleicht, dass sie sich, manche von euch, okay, da kommt jetzt eine Botschaft durch, die mit den sechster Schwertern tatsächlich eine längere Zeit nicht mehr durchkam. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das mal eine ganze Zeit lang gesagt habe, dass die sechster Schwerter ja eigentlich diese Übergangsphase ist. Du bist nicht mehr in dem Alten drin. Du bist schon auf dem Boot, auf der Reise. Aber du bist auch noch nicht im Neuen da. Manche von euch sind in einer Übergangsphase, wo es entweder um den Bereich Arbeit geht. Und es kann sein, dass du dich so ein bisschen unsicher fühlst, weil du das nächste Ufer quasi noch nicht erreicht hast. Auch kann es sein, die Verankerung, wo lässt man sich nieder? Auch da wieder in der Übergangsphase vielleicht noch nicht am Umziehen, aber irgendwie dabei, einen Umzug zu organisieren. Oder es geht jetzt für dich, dass es eine Übergangsphase ist in Richtung Stabilität und Sicherheit. Das heißt, du könntest dich von etwas wegbewegen, was dich verunsichert hat oder was nicht stabil war, wo du dich nicht sicher gefühlt hast, um dich jetzt rein zu bewegen in diese Energien von Stabilität und Sicherheit. Dann haben wir die Herrscherin hier. Mit der Herrscherin am Mittwoch oder grundsätzlich als Baustein dieser Woche könnte es hier um eine Mutter gehen. Das Thema Mutter, Mutterschaft, Mutterthema könnte eine Rolle spielen. Mit der Herrscherin geht es allerdings auch um Wachstum. Ich habe das Gefühl, du bewegst dich in Richtung Wachstum, in Richtung Fülle. Das ist das, was du jetzt anstrebst. Diese Fülle kann sich in jedem deiner Lebensbereiche auswirken. Fülle, eine Fülle an Liebe, eine Fülle an Freude, eine Fülle an Finanzen gegebenenfalls. Und mit der Herrscherin stehen die Konditionen grundsätzlich günstig, dich jetzt in Richtung Fülle zu bewegen. Was die Herrscherin allerdings macht, ist, dass die Herrscherin eine Situation nährt. Mit Liebe, mit Aufmerksamkeit, was auch immer diese Situation braucht. Stell dir die betreffende Situation, in der du Wachstum und Fülle erschaffen möchtest. Vor wie einen Garten. Nun kannst du den Garten einfach sich selbst überlassen und dann hast du Wildwuchs. Klar, manche mögen gerne diese Wildwiese haben, aber einmal um zurückzukommen auf diese Metapher, geht es quasi darum, dass man sich um einen Garten kümmern muss, damit man sich in diesem Garten dann wohlfühlt. Das heißt, da ist schon eine Situation, da ist jetzt gutes Wachstumspotenzial, aber du musst dich jetzt um diese Situation kümmern, diese Situation nähren, damit du dich an dem Garten erfreuen kannst, wenn die Zeit soweit gekommen ist, sprich, wenn Erntezeit ist. Und für manche von euch geht es darum, sich selber jetzt zu nähren. Worum geht es hier? Man guckt das zu Hause, okay. Auch hier das vierte Haus. Wir haben vier und Haus. Vierte Haus in Astrologie kann sich auch beziehen auf die Mutter. Also auch da, für manche spielt in dieser Woche die Mutter eine signifikante Rolle. Es geht um irgendwas in deinem Privatleben. Es kann etwas zu tun haben mit der Familie. Das Thema Familie, das Thema dein Zuhause, deine Wohnung, dort, wo du wohnst. Für manche von euch nehme ich auf gewisse Art und Weise dementsprechend auch schon ein Verschönern wahr. Manche verschönern jetzt ihr Zuhause oder wollen, dass irgendwas wächst bezogen auf das Zuhause. Auch da vielleicht in ein größeres Zuhause umziehen könnte eine Rolle spielen. Oder ein schönes Zuhause, in ein schönes Zuhause gehen oder das Haus verschönern. Wenn du nicht umziehst, wäre das eine Möglichkeit. Es kann gleichzeitig sein, dass du dich ganz persönlich dir selbst zuwendest. Dich vielleicht ein bisschen zurückziehst in deine eigenen vier Wände. Und auf gewisse Art und Weise sagt dadurch das Haus, was gibt uns das Haus? Das Haus schützt uns. Es gibt uns Stabilität. Es gibt uns Sicherheit. Es grenzt uns ein bisschen von der Außenwelt ab. Also könnte es in dieser Woche sein, dass du dich vielleicht ein bisschen von der Außenwelt abgrenzt, dich in dein Privates zurückziehst, um dich gut um dich selber zu kümmern. Für manche von euch, wenn es hier um Arbeitsaspekte geht, dann könnte es das Arbeiten von Zuhause sein oder das Arbeiten von einer Tätigkeit, mit der du dich sehr Zuhause fühlst. Etwas, was dir sehr nahe liegt, was dir sehr liegt. Und dann die nächste große Arcana-Karte, hier der Stern. Donnerstag oder als Baustein der Woche, du bist auf dem richtigen Weg. Neue Hoffnung. Was ich ganz spannend finde ist, krass, ja, Ding Dong. Wir haben ja hier schon die Karte, lass dich nicht von Vergangenem aufhalten. Das war mein Ding Dong Moment. Was ich gerade sagen wollte mit diesen Karten ist, dass ein ganz starker Fokus auf die Zukunft gerichtet ist in dieser Woche. Und dementsprechend auch Energien hinter dir zu lassen. Und alles könnte als Auslöser sein, dass neue Informationen auf dich zukommen, die dir jetzt helfen, etwas hinter dir zu lassen und dich wirklich auf die Zukunft zu fokussieren. Der Stern sagt gleichzeitig, du bist auf dem richtigen Weg. Da ist neue Hoffnung für die Zukunft, neuer Optimismus. Und auch das Thema Heilung, gerade mit der Herrscherin und dem Stern in Kombination, könnte hier eine große Rolle spielen. Okay. Wow. Und hier haben wir ein Loslassen, ein Ende, eine Veränderung im Sinne von, beziehungsweise eine Stagnation. Mit dem Stern könnte jetzt, könntest du etwas überwinden, was im Stillstand ist. Oder du könntest jetzt etwas überwinden, denn der Stern kommt ja immer nach dem Turm. Und der Turm ist eine Krise, ein Zusammenbruch. Was nicht bedeutet, dass du kürzlich gerade einen Zusammenbruch hast oder hattest, sondern es kann, wobei wir hatten den Turm, ne? Halleluja. Uh, uh, uh. Hm, okay. Ich erinnere mich gerade zurück an die Wochenbotschaft, wo wir den Turm hatten. Was natürlich in der letzten Woche jetzt war. Das heißt, für manche von euch, wo jetzt wirklich der Turm in der Woche eine Rolle gespielt hat, ein unerwartetes Ereignis, das Unerwartete, da haben wir hier mit Uranus ebenfalls noch einfließen, ein unerwartetes Ereignis, ein Zusammenbruch, eine Krise. So kann es sein, dass du in dieser Woche schon wieder hoffnungsvoll in die Zukunft blickst. Sprich, diese Krise vielleicht nur kurz anhält und du hier jetzt alle Energie in die Zukunft wendest und dich abwendest von der Vergangenheit, sprich, lass dich von Vergangenem nicht bremsen. Für manche von euch geht es hier um eine Situation, wo etwas losgelassen werden muss. Vielleicht bist du jetzt in der Lage, etwas wirklich loszulassen, Raum zu schaffen für Neues und positiv und optimistisch in die Zukunft zu gehen. Freitag oder als Baustein der Woche haben wir mit den Sieben der Kälchen mehrere Möglichkeiten im wahrsten Sinne des Wortes. Zum einen sagen die Sieben der Kälchen natürlich an, dass es hier in dieser Woche ein Gefühlschaos geben kann. Es könnte Unklarheit bestehen über deine Gefühle oder die Gefühle einer Person. Vielleicht fragst du dich hier aber auch, hey, bin ich auf dem richtigen Weg? Auf gewisse Art und Weise mit dem Stern haben wir das ebenfalls hier, du bist auf dem richtigen Weg. Aber mit den Sieben der Kälchen ist die Frage, hey, wenn ich in diese Richtung gehe, wird mich das glücklich machen, wird mich das erfüllen oder ist das die Liebe meines Lebens? Also ein Hinterfragen einer Situation bezogen auf deine Gefühle und bezogen, ob das das ist, was dich erfüllt und wirklich glücklich macht. Das sind Fragen, die du dich in dieser Woche stellen könntest. Gleichzeitig können die Sieben der Kälche auch für Optionen stehen und dann schließen wir dazu eigentlich wieder den Kreis, weil auch dann würdest du dich fragen, hey, welcher Weg macht mich jetzt am glücklichsten? Was ist der Weg, von dem ich glaube, was ist die Option, die sich mir jetzt bietet, von der ich glaube, dass die mich am glücklichsten macht oder mich am meisten erfüllt? Und dementsprechend könnte ich hier nochmal eine Entscheidung fällig sein. So, worum geht es mit den Sieben der Kälchen? Und da haben wir den Stern. Bezogen auf die Bestimmung, auf ein Schicksal, auch könnte sich das beziehen auf Erfolg, ob beruflich oder privat. Auf eine Wunscherfüllung könnte sich das beziehen, auch wieder beruflich oder privat. Oder du fragst dich grundsätzlich, hey, was ist eigentlich hier mein Schicksal oder was ist das Schicksal der Situation? Was steht denn in den Sternen hier? Was ist denn das, was passieren soll? Aber ich habe das Gefühl, wir haben einen ganz, ganz starken, weil wir den Stern haben, dann haben wir hier auch nochmal den Stern. Die sind zwar nicht ganz gleich in der Bedeutung, aber ich habe das Gefühl, diese Fragen in dieser Woche ist, ist das der Weg, der für mich bestimmt ist? Und der Stern grundsätzlich sagt, hey, du bist auf dem richtigen Weg. Insbesondere, weil es darum geht, dich von der Vergangenheit abzuwenden und jetzt positiv optimistisch in die Zukunft zu schauen. Dann haben wir die Fünf der Schwerter am Samstag. Okay, die Fünf der Schwerter haben natürlich auf gewisse Art und Weise eine Bandbreite an Bedeutungen. Fangen wir mal an, dass im allersanftesten Fall die Fünf der Schwerter ein Konflikt, eine Herausforderung ist und wo es darum vielleicht geht, für sich selber einzustehen und aufzustehen. Die Bandbreite geht dann und rutscht dann relativ schnell ab. Und zwar in die Richtung, wo jemand sehr egoistisch ist, nur an sich denkt, nicht empathisch ist für eine andere Person und dementsprechend, aufgrund dessen, dass hier ein fehlendes Verständnis für die Mitmenschen liegt, vielleicht in einer Situation keine Lösung gefunden werden kann. Die Fünf der Schwerter kann bis zu hingehen zu extremen Egoismus und gegebenenfalls Narzissmus. Jemand, der sagt, ich will Recht haben, gewinnen um jeden Preis, es ist mir egal, was andere irgendwie denken, Hauptsache ich stehe gut da, in einem guten Licht da. Und das ist etwas, was wir hier mit den Fünf der Schwertern im Extremfall ebenfalls sehen können. Die Sache ist die, wir haben auch die Sechs der Schwerter hier und mit den Sechs der Schwertern geht es in der Essenz darum, diesen Konflikt hinter sich zu lassen. Aber vielleicht denkst du jetzt erstmal darüber nach, etwas hinter dir zu lassen, um mehr Wachstum, Harmonie und Fülle in deinem Leben zu kreieren. Du spürst, dass du grundsätzlich hier auf dem richtigen Weg bist oder die Aussicht darauf gibt dir neue Hoffnung. Du hinterfragst eine Situation, deine Gefühle, die Optionen, die du hast und dann könnte es sein, dass mit den Fünf der Schwertern nochmal in dieser Woche, vielleicht weil die Situation noch nicht hinter dir gelassen wurde, doch nochmal diese Energie aufkommt, auf irgendeine Art und Weise. So, worum geht es hier mit den Fünf der Schwertern? Mit der Sense nehme ich absolut das Thema Verletzungen wahr. Jemand ist hier sehr verletzend, vielleicht weil jemand egoistisch ist, nur an sich denkt oder alternativ dazu einfach irgendwie nicht gerade empathisch ist oder dich nicht verstehen kann. Gleichzeitig kann es darum gehen, gerade weil wir das hier haben mit den Sechs der Schwertern, diese Energie aus deinem Leben rauszuschneiden und zu sagen, nee, das dient mir nicht mehr, das möchte ich so nicht mehr. Und für manche kann es hier auch um einen Ex-Partner gehen, weil wir die Sense hier haben. Auch das wäre möglich, dass diese Energie in dieser Woche nochmal eine Rolle spielt. Und dann haben wir den Prinzen der Schwerter, der Prinz der Schwerter. Es geht darum, auf gewisse Art und Weise sehen wir hier, gerade weil sie jetzt zusammenliegen, weil der negative Aspekt vom Prinz der Schwerter ist der, dass er auch nur auf seine eigenen Ziele fokussiert ist und nicht nach links und rechts guckt. Das heißt, hier haben wir im negativen Aspekt jemand, der sein Ziel verfolgt auf recht radikale Art und Weise und sagt, ist mir egal, was andere Leute sagen und denken und fühlen vor allem, was auf gewisse Art und Weise was Gutes ist. Aber wenn jemand andere Menschen überrollt und andere Menschen verletzt, dann ist das natürlich nichts Gutes. Also das heißt, da haben wir gegebenenfalls ein und dieselbe Situation hier mit dem Prinz der Schwerter. Auf der anderen Seite kann es einfach auch sein, dass in dieser Woche dann etwas sehr schnell geht. Wir haben Bewegung hier, Bewegung hier. Und so kann es sein, dass am Anfang der Woche du gegebenenfalls noch darüber nachdenkst, etwas hinter dir zu lassen und du dann aber in die, wie sagt man, decisive action gehst. Also du bist entscheidungsfreudig dann und triffst eine Entscheidung und bewegst dich recht schnell dann in eine gewisse Richtung. Also auch für dich wäre das in dem Fall eine positive Energie, denn der Prinz der Schwerter ist auch eine positive Energie, wenn man seine Ziele erreichen möchte. Der bringt einen voran. Das ist eine gewisse Willenskraft und Willensstärke hier und das ist resultierend aus einem Konflikt. Das heißt, für manche von euch nehme ich wahr, dass das am Wochenende eine und dieselbe Sache Situation ist. Es gibt Verletzungen hier, jemand ist nicht empathisch, es gibt Konflikte und Streitigkeiten, die gegebenenfalls auch dazu führen, dass du sagst, ich möchte das nicht mehr, ich unterbreche das jetzt mit der Sense. Gerade auch, weil du eigentlich darüber schon nachdenkst, die fünfte Schwerter hinter dir zu lassen mit den sechsten Schwertern, die hier liegen. Irgendeine Situation, irgendein Umfeld, vielleicht eine andere Person ist nicht wirklich hier gut und unterstützend für dich und vielleicht musst du jetzt für dich aufstehen und das tun, was notwendig ist, um dich von dieser Energie wegzubewegen. Das könnte im Prinzip der Prinz der Schwerter sein, der sagt, okay, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen und jetzt Attacke. Das haben wir am unteren Kartenrand der Hierophant. Göttlich geführt. Eine göttlich geführte Situation, die geistige Welt ist nah an deiner Seite und sendet dir in dieser Woche Synchronicitäten und Zeichen, die dir sagen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ebenfalls könnte der Hierophant sagen, hey, wie viel Sinn glaubst du, siehst du noch in einer Situation. Der Hierophant steht für Sinnhaftigkeit, einen höheren Sinn, einen tieferen Sinn. Eigentlich eher der höhere Sinn einer Situation. Das heißt, diese Situation könnte hier einen höheren Sinn haben, von dem ich jetzt gerade wieder auf die Hallen von Amenti geführt werde. eine Art der Initiierung in Richtung Freiheit. Prinz der Schwerter bewegt sich nach vorne. Was spannend ist, weil wir hier das Thema haben, Freiheit oder Ja sagen zu etwas. Es kann sein, dass du dich von gewissen Mustern auch befreist, dass du gewisse Gedankenmuster, die schädlich sind, auch für dich, auch du kannst unter den Fünf der Schwertern sein, mit Gedanken, die wirklich schädlich sind, die dir nicht gut tun. Und so kann es sein, dass die Initiierung ist, dieser Schatz der Situation, die dich vielleicht sehr triggert, die ist, dass du dich selber befreien kannst von einem Gedankenmuster, welches resultiert vielleicht aus einer Situation aus der Vergangenheit, wo jemand vielleicht diese Energie verkörpert hat. Das heißt, es könnte hier auf gewisse Art und Weise eine Schutzreaktion sein. Ich werde wieder hierauf gelenkt, vertraue der geistigen Welt, vertraue deinem Seelenplan. Etwas wird sich für dich schon sehr bald klären. Ich meine, wir haben hier die Klarheit auch. Ich habe das Gefühl, der Weg nach vorne wird sich dir klären, wird sich dir offenbaren. Und dieser Prozess, der hier in Gang gestoßen ist, würde mich nicht wundern, wenn wir das noch in der nächsten Woche ein bisschen weiter sehen, weil ich das Gefühl habe, diese Energien, die jetzt in Gang gestoßen werden, die haben einen Langzeiteffekt, weil hier ein sehr starker Zukunft in Richtung, Fokus in Richtung Zukunft ist. Und in Richtung Fülle, Liebe, Harmonie. Okay, ihr Lieben, in diesem Sinne sind wir mal wieder durch mit der Wochenbotschaft. Ich kann dir empfehlen, an dieser Stelle auch nochmal zurückzuschauen in die alte Wochenbotschaft, um zu gucken, ob du denn mit den Botschaften resonierst. Außerdem darf ich dich einladen, dir einmal, falls du auch in diesem Jahr einen guten neuen Vorsatz hast, um Tarot zu lernen für dich, für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung, dir mal meine Tarot-Akademie anzuschauen. Denn wir haben tatsächlich einen weiteren Tarot-Kurs, welcher jetzt startet im März. Ist noch ein bisschen Zeit, das heißt, schau dir gerne mal meine Tarot-Akademie an. Unter diesem Video schreibe ich dir den Link dazu. Dort findest du bereits alle Informationen. Wenn du dann noch Fragen hast, meldest du dich einfach direkt bei mir. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns auch im März in der Tarot-Ausbildung sehen. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Für all diejenigen, die jetzt am Sonntag schauen, kommt gut in die neue Woche. Wir sehen uns wieder am Mittwochabend um 20 Uhr. Also bis dann. Mua! Untertitelung. BR 2018